Um mit dem Echelon von Stufe 4 auf Stufe 5 zu kommen, müssen wir 30 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 15 heimlich und 2 Gegner im Nahkampf in weniger als 20 Sekunden. Ja, so. Ich habe jetzt hier gerade die Sequenz gesehen, oder besser gesagt weggedrückt, in der Weaver getötet wurde. Spoiler, Spoiler. Aber, ja. Warum sind da... Wo sind die Wolves? Wurde das Ding so genervt? Ich spiele doch auf extrem, oder? Muss man gerade selbst kurz gucken. Gucke ich hier falsch? Ich glaube, ich gucke hier falsch, ne? Wie das ist, ne? Ja, ist extrem. Okay. Hier war mal alles voll mit Wolves. Ich weiß noch, hier waren zwölf Wolves oder so früher. Wo sind die alle? Ich sehe hier einen. Und das war's. Ich weiß, dass hier hinten wurde das so hart genervt. Der Anfang, der war das Beste am Spiel. Herausfordernd, aber trotzdem schaffbar. Ist das wirklich alles? Der da? Hinten noch irgendwo einer? Habe ich gerade gehört. Ich habe das Gewärmebild freigeschaltet eben. Da ist einer. Glaub ich. Ja, da hinten. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Das sind vier Stück. Ist das alles? Ist das wirklich alles? Vier, fünf Stück? Das ist ein Witz, oder? Habe ich ein Fallschirm schon freigeschaltet? Ich muss mal gerade gucken. Nicht, dass ich jetzt in meinen Tod stürze. Ich habe sogar noch zwei Punkte. Fallschirm ist freigeschaltet, ja. Ich habe noch zwei Punkte. Ja, komm, machen wir das hier. Und das machen wir noch. Spreng ich auf MK2? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gerade. So. Müsste ja automatisch ausgerüstet sein, ne? Ja. Gut. MK2-Granate. Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Nummer eins. Ach, der hat kein Einzelfeuer. Gut. Okay. Okay, er macht... Okay, jetzt macht das. Gut. Das gibt's nicht. Das wird... Der coole Anfang wirklich um... Ich bin enttäuscht. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich gerade enttäuscht. Ich dachte, ich kann jetzt hier zwölf von den Kills schon machen. Und... Habe dabei auch noch ein bisschen Spaß dabei. Und... Ja. Am Arsch. Das ist ja gar keine Herausforderung. Die stehen so weit auseinander. Das war so eine coole Herausforderung vorher. Vielleicht habe ich auch nur einen Bug. Kann natürlich auch sein. Aber es war echt so eine schöne Herausforderung, die nacheinander so auszuschalten, ohne dass die... halt was davon mitkriegen, ne? Tja, also... Das ist jetzt ein bisschen underwhelming. Schade. Wird mich wirklich schade. Bin ich mal gespannt auf... Also mein Plan war hier die zwölf... Oder wie viel das waren? Wulfs zu killen. Und dann... Die Gegner auf der Brücke. Richtung Erewhon. Sind ja auch nochmal fünf, sechs, sieben. Aber das wird jetzt nicht ausreichen. Ich wollte ja eigentlich gucken, ob man nach Erewhon rein kann, wenn man die Hauptfest nicht fertig gemacht hat, bis zu dem Punkt, wo man erfährt, wo Erewhon überhaupt ist. War das alles, ehrlich? Das ist wirklich enttäuschend. Eine absolute Enttäuschung. Ubisoft. Damn you. Warum? Also ganz ehrlich, ganz am Anfang, so im ersten und zweiten Technical Test, war der Anfang noch ein bisschen herausfordernder. Da hat man sich wirklich gejagt gefühlt. Und das war richtig, das war richtig, richtig cool. Der eine oder andere von euch hat ja auch die Technical Tests gespielt. Gut, ob... diejenigen von euch, die die gespielt haben, hier noch zu gucken, weiß ich nicht. Aber, ja. Am Anfang, da waren ja viel mehr Patrouillen da. Moment, ich hab mein Auto da oben gepackt. Am Anfang waren da viel mehr Patrouillen. Und halt auch stärker bewaffnet. Das waren gemischte Patrouillen mit Wolves und Sentinels. Das war richtig krass. Man wusste noch gar nicht, was geht da ab und wer ist das überhaupt. Man muss halt wirklich gucken, dass man nicht entdeckt wird. Und, ja, irgendwie in der Beta war davon, ich glaub sogar schon in der, äh, schon, schon in der ersten Beta, glaub ich sogar schon, war davon nix mehr da. Nur noch das, wie's jetzt auch ist. Wobei, da waren sogar noch zwei Gegner mehr da. Weil ich hab da, äh, lass das jetzt mal. Ich guck jetzt, ob's, äh, ob ich nach Erebon reinkomme, ohne dass ich das gemacht hab. Bestimmt, es gibt ja vorher auch noch dieses kleine Dorf, wo es auch noch Gegner gibt. Aber auch noch drei, vier Gegner ausschalten. Das reicht aber halt auch nicht aus. Kleiner Dorf ist, ich glaube, hier. Nee, war's da unten? Muss man gerade auf der Karte gucken. Äh, nee, das kommt erst, nächste Abzweichern. Hier oben gibt's noch eine Kiste und eine Höhle, aber die lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also, äh, vorher gab's vor dem, vor dem ersten Heli, den man sieht, auch noch eine Zweier-Patrouille. Gibt's jetzt aber auch nicht mehr. Und ich hab's auch aus dem getötet, ohne es zu merken. Kann natürlich auch sein. Scheiße. Könnte schlimmer sein. So, da haben wir drei Gegner. Wenn du nichts zu tun hast, denk dran. Wo wir noch zwei in weniger als 20 Sekunden im Nahkampf töten. Würden sich die hier eigentlich anbieten? Insofern ich nicht entdeckt werde. Natürlich nur. In meinem Gebiet ist nichts. Es sind noch genau zwei. Okay, und jetzt. Noch eins. Der andere steht da drin. Ich bin neulich an einem der alten Dörfer verweilen. So ein Dress. Es war komplett leer. Ich werde schon ewig in Hausen und Pinten wieder gut zu tromplanten. Ich kann es nicht mehr Ich kann es nicht mehr Jetzt geht der Haus. Das ist länger als 20 Sekunden. Sie haben nie ärgert. Ich ist sauber. Jetzt treibt es in der Hand. Ah! Shit. Ich glaube, das war länger als 20 Sekunden. Nee. War noch innerhalb des Zeitraums. Nee, es hat gar niemand geschossen. Die Labern im Müll. Gut. Nice. Das fehlt uns nur noch. Sechs Gegner heimlich. Und Ja. 21 so. Aber ich habe so meine Zweifel, dass wir die hier noch kriegen. Ich habe so meine Zweifel. Zweifel mit Zweifel. Was ist das hier? Ich bin hier falsch. Schau. Nicht richtig. Da vorne müssten auch an dieser Brücke zwei... nein, fünf, sechs Gegner sein. Vielleicht auch vier. Auf jeden Fall sind die scheinbar noch da. Die Pistole muss ich nicht, ne? Die kennen uns gar nicht und sagen, wir wären Dreckskerle. Das ist voll fies. Haben wir gesehen, wie die abgestürzt sind? Und plötzlich... was? Da lebt noch! Nö, da lebt niemand mehr. So, zwei Gegner fehlen noch und... ja, ich glaube nicht, dass wir die hier kriegen. Man darf gespannt sein, ich glaube nicht. Oder fährt man da noch an zwei vorbei? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht, oder? Und auf jeden Fall ein Auto, aber da sind keine Gegner. Da ist R1. Wow! Oh mein Gott! Ich habe so meine Zweifel, dass wir da reinkommen. Und wenn ich fliege, ich habe ein Heli schnell hinten hin. Aktiviere das Ding und fliege nochmal zurück. Und kommen wir rein. Tatsächlich, man kann rein. Krass! Stehen bleiben! Okay, gut. Überspringen bitte. Wer sind Sie? Ich wurde eingeladen. Nein, gar nicht. Gar nicht wahr. Wir wurden nicht eingeladen. Ich habe den Funkspruch nämlich gar nicht gehört. So, ich habe das jetzt mal schnell übersprungen alles. Aber jetzt haben wir auch die Teammitglieder. Und jetzt können wir uns beim Heli auf den Weg machen. Zu einem... ja... ... besseren Ort, um Gegner zu töten. Komm, beam dich halt her. Wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen noch 19. Einen Gegner mit einer Feuerwaffe generell. Und noch zwei Gegner heimlich. Da unten ist eine Farm oder so. Da unten gibt es bestimmt ein paar. Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Da unten, der Bahnhof oder was es ist. Flugfeld. Was auch immer. Egal, da gibt es Gegner. Ach, das ist das Ding. Ne, das ist scheiße. Da will ich nicht hin. Weil für die paar Gegner muss es reichen, oder? Transportzentrum. Ich mag das nicht, aber... Für die paar Gegner reicht das. Folge, da geht es ja sowieso schon wieder viel zu lang für das bisschen, was das zu machen ist. Höhöhöhöh. So, noch mal zwei. Wir sehen noch mal welche. Hä? Ist da jemand? Nein, da ist niemand. Kann nicht schaden, sich das anzusehen. Ah, das sieht ja mal an. So. Gut, hinten ist einer. Blup. Level Up haben wir auch, toll, wunderbar. Kriege ich jetzt einen Keks oder so? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich will keinen Keks. Wobei, so einen Keks. Ich habe keine Keks. Ja, da unten hat einer einen entdeckt, aber ist er nicht mehr. Ich muss ja keinen mehr heimlich töten. Es ist einfach nur Leute töten. Und dann schließen wir mal den Generator. Und dann laden wir am besten die Waffen nach. Am besten. Oh, shit. Wir werden angegriffen. Gott, ja. Die Wichser machen wir fertig. Oh, shit. Gut. So, noch 13 Gegner. Wollen wir fliegen noch mal ein bisschen. Hier sind eh keine 13 Gegner mehr, denke ich. Woher könnten wir denn am besten hingehen? Da, diese Dinger, ne? Was haben wir da? Ach, das waren wir eben. Äh, die Menü ist auch nicht schlecht. Da kann man hinten auch da. So. Wir haben eh alle keine Chance gegen uns. Ich bin ein bisschen übermütig, gell? Ach, was soll's. Hochmut. Fall. Was soll's. So, da ist der Eingang. Wahrscheinlich direkt vom Sniper entdeckt. Aufwachen! Feind in der Nähe! Oh, die Dinger, Baby! Ich wollte gerade sagen, Fiori kannst du mal scannen, aber die kann das nicht, weil die ist ja gerade erst... das ist noch ein Küken. Ich hab noch kein Level. Ach, der ist da drin, verdammt. Da 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 da. Da 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 da. Hallo. Komm, gib nicht so ran. Da aber ein Scharfschutz. Ja, jetzt sind sie Level 2. Wow. Ja, mein Gott. Macht die Benachrichtigung noch ein bisschen größer, dass ich gar nichts mehr seh. Dann noch 2. 1. 2. Okay, ich... bin ein bisschen eskaliert, vielleicht, weil ich den Kopf nicht getroffen hab. So, und da ist auch die... Klassenfähigkeit wieder fertig. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 2. Und da sind wir auf Level 5. Nice. Nice, nice.